Musik Ein Sommer, der nie endet. Temperaturen, die nicht zu heiß und nicht zu kalt sind. Ein meilenlanger Sandstrand mit geradezu hypnotisierenden Wellen und abends tolle Restaurants und Bars gefüllt mit netten Menschen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Na dann kommen Sie mal mit. Hallo, ich bin Heike und ich freue mich total, heute in Huntington Beach, Südkalifornien zu sein. Ich wollte schon immer mal rausfinden, was diesen Ort zu so einem beliebten Urlaubsziel macht. Und dazu habe ich mir heute ein Fahrrad ausgeliehen. Denn Huntington Beach hat 16 Kilometer Boardwalk. Und von wo aus besser das Strandleben beobachten und wenn man will, sich mittendrin reinmischen. Wegen seiner fantastischen Wellen, die durch die einmalig geografische Lage regelrecht garantiert sind, zieht Huntington Beach seit jeher Surfer aus aller Welt an. Die haben dem Ort nicht nur den Namen Surf City USA gegeben, sondern auch sein einzigartiges Flair. Geprägt von einem aktiven, gesunden Lebensstil und Sinn fürs Luxuriöse. Aber ich treffe auch Ökotouristen hier, Liebhaber aller Wassersportarten und besonders Familien. Denn Huntington Beach ist der nächstgelegene Strand zu Disneyland. Wenn Sie jetzt aber denken, dass alle nur wegen dem schönen Wetter und dem Sport hier sind, dann warten Sie mal, bis es Abend wird. Es ist ganz klar, dass der angesagte Treffpunkt abends Downtown ist. Und besonders hier an der Main Street, wo sich die meisten Restaurants und Bars befinden. Auch Micro Breweries gibt's um die Ecke. Mich zieht's heute in die Four Sons Brewery. Einen Familienbetrieb mit einer ständig wechselnden Palette verschiedener Biersorten, die im Taproom probiert werden können. Das Spezialangebot heute? Ein Viersöhne Hefeweizen. Und sie dachten, sie wären weit weg von zu Hause. Dann empfiehlt mir jemand die Surf City Nights. Also, jeden Dienstagabend verwandeln sich drei Blocks der Main Street in einen bunten Straßenmarkt, wo man shoppen kann, während man sich an Straßenständen oder den umliegenden Restaurants verkostigt, die natürlich mit Surf City Nights Specials locken. Also, ich weiß nicht, wie's Ihnen geht, aber ich will hier gar nicht mehr weg. Die Wellen, der Strand, das Wetter, aber auch die tolle Atmosphäre und das ansteckende Lebensgefühl. Ich bin ein richtiger Huntington Beach Fan geworden. Wann kommen Sie vorbei? Wann kommen Sie vorbei? Wann kommen Sie vorbei? Wann kommen Sie vorbei?